Es ist wieder soweit. Das Ruhrgebiet legt seine jährliche Extraschicht ein. Und so gibt es auch hier bei uns in Oberhausen einiges zu entdecken. Was genau das ist, das zeigen wir euch jetzt. Wir starten unsere Tour am Gasometer. Die aktuelle Ausstellung Wunder der Natur haben bereits 800.000 Menschen bestaunt. Highlight der aktuellen Ausstellung ist die 20 Meter große Erdkugel. Genau dort verzauberte Liz Schneider mit ihrem White Cello das Publikum mit einem außergewöhnlichen Klangerlebnis. Außerhalb des Gasometers sorgte die Mike-Peter Big Band für gute Stimmung. Im Schloss Oberhausen kann man momentan die beeindruckende Ausstellung Finding the Unexpected Sam Shaw 60 Jahre Fotografie erleben. An der Nieburg gab Anna Abrams ihre spektakuläre Seilakrobatik zum Besten. Und auch auf der Außenbühne ging es heiß her. Das Duo drauf und dran zog das Publikum mit ihrer atemberaubenden Feuerschau die Faszination des Feuers in ihren Bann. Erwartungsgemäß war es natürlich in allen Locations brechend voll, weshalb wir uns dafür entschuldigen müssen, dass wir euch hier heute nicht alles zeigen konnten. Wir hoffen aber, dass euch der kleine Einblick gefallen hat. Ich mische mich jetzt erstmal noch ein bisschen unters Volk und genieße den Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.